Moin! Heute kommt ein Infovideo zu den German Masters. Ich bin am Mittwoch, Donnerstag und Samstag da. Ich werde natürlich auch Fan-Treffen machen. Und ich werde euch jetzt erstmal sagen, wann ich die Fan-Treffen mache. Und zwar am Mittwoch um 16 Uhr am Haupteingang. Am Donnerstag um 19 Uhr am Haupteingang. Und am Samstag um 15 Uhr am Haupteingang. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr kommt. Weil ihr dürft natürlich auch Bilder machen und ihr bekommt auch Autogramme von mir. Und ich mag das halt richtig gerne, euch kennenzulernen. Und ihr müsst euch auch trauen, weil viele trauen sich das ja gar nicht. Und ich habe ja auch auf Instagram gepostet, dass ich dort bin. Und unter anderem ist da auch eine Verlosung. Und zwar könnt ihr eine Stunde lang shoppen mit mir. Und einfach halt auch rumlaufen. Und der Gewinner wird morgen Abend bekannt gegeben. Also am Dienstagabend. Und ja, ich bin mal gespannt, wer es wird. Und der Gewinner darf sich dann auch raussuchen, an welchem Tag er mit mir rumlaufen möchte. Und ja, dann würde ich euch viel Glück wünschen. Und schaut da auf jeden Fall noch vorbei, denn die Verlosung läuft noch bis morgen Abend. Und ja, also ich mag Gemma. Es ist auch richtig, wie war er ja auch letztes Jahr schon. Und die zwei Videos werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Und dann bis zum nächsten Video. Bye! Bis zum nächsten Mal.